Herzlich Willkommen Leute zu einem internen Overwatch 3 gegen 3, heute mit Anne, Shigo, Freezy, McFly und Nils. Hallo. 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 Moin. Und ja, wie gesagt, internes 3 gegen 3. Jeden Helden darf man nur einmal spielen, es gibt hin und ne Rückrunde. Und ich bin sehr gespannt, also das ist einfach just for fun. Die Teams haben wir random gemacht, ich, Shigo und McFly gegen Anne, Nils und Freezy. Wir haben schon einen 101 zum Test gemacht, den hat Nils ganz schön auf die Fresse bekommen. Ja, das war aber gezinkt. 5 zu 0. Ich hab aber mit linkes Auge zugehalten beim Spielen. Die haben Mercy genommen, das gibt's hier gar nicht. Komm Leute, hier zusammenbleiben. Ja, ja. Ich bin mal McFly. Ich unterstütze dich. Ich hab Anne. Die haben den Heiler verloren. Na schön. Gut. Nils ist gleich down. Wenn er jetzt den Hook nicht trifft, kackt er. So. Jetzt geh ran. Ran, ran, ran. Heil dich nicht vergessen. Oh. Ja, der Standort hat Katarjahn von der Hände hergeknallt. Ich war ja auch grad so. Ja, wir haben abgelenkt, Shigo. Wir waren wichtig. Und wir machen, man darf jeden Charakter nur einmal wählen. Das heißt, ich darf für das ganze Match keinen Soldier mehr nehmen. Düm, düm, düm. Das wird interessant. Soll ich ein anderer nehmen? Oh Gott. Nein, nein, nein. Das ist vollkommen egal. Das ist nur just for fun. Ja, ist just for fun. Deswegen hab ich so einen richtig guten Charakter. Es geht um 50 Euro. Wir müssen gewinnen. Komm Leute, rechts. Rechts, rechts, rechts. Hartes YouTube-Money. Guck mal, sie gehen rechts. Das heißt, wir müssen auch rechts gehen. Genau. Bei dir im Team. Hier seid ihr. Okay, komm mit. Ich hab dich. Oh Gott, ich hab dich verflogen. Da. Von wegen rechts. Ich hab dich auf unserer Seite. Links-Rechts-Schwäche. Außer Anna. Oh Gott. Pickt sie. Du triffst mich nicht, hallo. Haa, Challenge accepted. Bist du fairer halt. Ich mach dich für dich. Wir müssen irgendwie hier Anna loswerden. Oh nein. Wo sind denn alle? Komm schon Nils. Ja, war aber dann neben. No. Ich brauch Hilfe, Freunde. Hanso, ja. Ich geh down. Hanso, komm zu mir. Komm, Bruder. Nein, ich muss ihn jetzt holen. Ich krieg ihn nicht. Er ist bei mir. Wo seid ihr? Ich bin da neben dem Haus, neben dem Haus. Sehr gut, sehr gut. Ich brauch einen. Ich bin so schlecht mit Hanso. Ah, Anna war fast dauernd. Anna immer fleißig heilen. Die können nicht heilen. Also bis auf... Na doch, die können heilen. Schock. Nimm schön deine Luzi. Ja, beide. Zuerst den Lucio. Danke. Komm schon, Team. Ah, die müssen auf jeden Fall... Die müssen Anna erstmal kriegen. Hier hat doch mal den Fretzi da. Ja, Anna ist euch down. Anna ist down. Das kann er nicht mehr heilen. Oh Gott. Der Sieger rufen euch nicht. Ah, hinter. Ah, scheiße. Hast du schon in der Autobahn gespielt, oder was? Bis auf den letzten Mann. Wer sind Sieger und Helden? Hui. Okay. Ähm. Puh. Ähm. Nächste Runde darf Freezy nur noch Healer spielen. Okay, wir machen mit Hin- und Rückrunde darf man jeden Charakter nur einmal spielen. Oh. Jetzt sieht er nämlich, dass wir sowieso verlieren und das... Ich hab Hanso gerade genommen. Für euch. Ich bin mit Supporter besser. Ich hab mit Supporter gespielt. Ich hab da was erspäht. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Okay, Leute. Zusammen bleiben. Fokus. Fokus. Anna kommt mit. Ich heil. Da oben ist er. Der kommt bestimmt da durch. Ah. Hat Anne zugemacht. Okay, Leute. Wir müssen aus dem Gang hier raus. Sonst schießen die da nur noch rein. Bleibt euch drin. Bleibt euch drin. Habe ich kein Problem mit. Hier ist ne Dalu. Anna ist ne Low. Okay, doch nicht. Scheiße. Wir müssen aus dem Gang hier raus. Mac Freeze unten. Mac Freeze unten, Leute. Wir schießen hier doch einfach nur hin. Maxi. Oh, ich hab aber noch 19 Leben. Leine. Wo bist du? Leine. Hinter uns, hinter uns. Nils ist auch fast down. Ich bin down. Scheiße. Ich schieß. Das ist gut eigentlich noch. Das ist gar nicht gut. Sie kommen ran. Doch. Oh, schade. Wir geholt, Leute. Triple Kill. Punkt, der Stand. Tschuldige. Nils, mach dir ernst, ey. Mach die Taktike. Wir sagen ernst. Den darf ich ja jetzt nochmal nehmen. Ich bin ja nicht gestorben, ne? So, Freunde. Ich hab jetzt mal ein Main. Nein, nein. Noch einmal gespielt. Achso, okay. Ich hab gerade Healer gespielt. Dann spiele ich. Darf ich denn die? Du musst früher noch sagen, ob du nix mehr hast oder so, ne? Also wir dürfen schon Heroes nehmen, die die anderen gespielt haben, ne? Die andere? Ja. Ja. Achso, okay. Sonst wird's nämlich eng. Von den Supportern hab ich nur noch Mercy. Okay. Oh-oh. Genji, ey. Genji. Nils, der kleine Nils springt da rum. Oh-oh. Oh-oh. Oh, scheiß verräter. Unten von uns ist einer. Töt ihn. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Ich hab Maxi. Töt. Stopp. Ja, sehr gut. Brauche ich jemanden Heilung? Daneben. Leute, das war gut, aber jetzt gehst du down. Okay, jetzt müssen wir unser A-Game noch bringen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen, Leute. Gut, dann... Ne? Nein! Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, was? Ja. Das ist in unser Team, ey. Ich hätte eine Liste für uns. Wie das mit safe wird? Was habt ihr denn jetzt noch offen? Oh oh. Selbe. Wir können es leider noch nicht sehen. Jetzt zusammen bleiben hier. Hey, Leute. Wir gehen hier. Unsere Bastion Torbjörn-Taktik wird richtig krass. Wird richtig geil, ja. Wir sind auf der anderen Seite. Wir haben auf jeden Fall einen Winston. Wir gehen auf die Brücke. Wir suchen die Kommunikation. Nein, sucht ihr nicht. Ein Soldier, Winston. Scheiße. Nein, lass uns was down. Der war zu weit weg. Helft mir. Die kann das doch nicht selber heilen, oder? Nee. Ich kann nur heilen, wenn ich jemand heile. Komm, wir müssen die Mercy irgendwie holen. Wo ist denn der Affe? Da. Wir sind vorhin weg. Nein! Von dem Roadhog, dass der uns nicht kriegt. Der Roadhog, der huckt hier. Der macht die Hucke voll. Was kill den? Ja, hab ich tot. Okay, okay. Zack. Leute, der war doch fast tot. Scheiße. Komm. Jawoll. Die Rakete in die Presse bekommen. Vielleicht ist der Highlight des Spiels. Bitte lass uns das. Highlight des Spiels. Was? Die haben gewonnen? Immer noch nicht die Heroes picken, ne? Ja, genau. Immer noch neue. Oh! Witzig, ey. Die haben mich dann doch dagegen entschieden, ihn zu machen. Ah, die Anne. Hier habe ich auch ein Spiel gemacht, ey. Ach, das war wohl einfach ohne uns. Wo wir verlieren. Das war so unfair. Wo mein Team nicht da. Die stehen da unten. Hallo? Da haben wir gespielt, ja? Die waren abgelenkt. Das war sehr erfolgreich. Als Team fortfahren, ja. Unten rechts. Ja. Ich möchte wieder ein neues Team. Alter, Alter. Ich will mein Team nicht mehr. Ich will nicht mehr mit den zwei hier spielen. Oh. Als ob. Ich hab mich gecarried. You go wants to stay as a team. McFly wants to stay as a team. Es blinkt so schön. Ja. Boah, ja. Eine Runde hat Chino alleine geholt. Ja, Mann. Nils hat keine Runde überlebt, übrigens. Alles ausgeraunt, ja? Ja, ich war ja auf die Glaskanone. Alles, alles ausgeraunt. Ich hab alles rausgefeuert, was ich hatte, Leute. Da war nichts. Blaskanone ist der Nils, ey. Einer muss mal fürs Team erstecken, ne? Die ganzen Ego-Leute, die machen das ja nicht. Die wollen nur gucken, dass sie dann übrig bleiben. Ich nehm Support. Okay, ich nehm, oh Gott, das nehm ich Nils. Jetzt wird's kriminell. Shit, da muss ich ja irgendwas nehmen, was Schaden macht, ne? Wir haben die Besten leider schon in Runde 1 rausgehauen, ey. Ja, ich auch. Ein paar hab ich noch, zum Glück. Jetzt wird's schwierig, ey. Es gibt auf jeden Fall genug Helden, auch für maximale Runde. Oben links, Insel. Oben links? Ja. Die haben mich gesehen, scheiße. Oh, ich krieg auf Maul. Die kommt zurück. Und wo seid ihr, Leute? Effjen, wie komm ich denn da hoch? Wo seid ihr? Wer ist das? Ich bin hinter dir. Hilfe! Ja, wo was halten? Ne, ne. Oh, oh, ich aber. Oh Gott, oh Gott. Alles gut. Ich bin da auch, da kam Reaper. Reaper natürlich einfach fest an die Pick gewesen. Oh, scheiße. Darfst das? Einig liefern. Vergesst nicht, einig liefern. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht wen gerade. Leben wir noch alle? Oh, man sitzt so. Oh, ich bin's. Oh, ich bin's. Oh, du hast eine kleine Runde überlebt. Oh ja, ich hätte Wesensdeals töten müssen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Nimm was du möchtest, dann passen wir an. Sonst gehen die Supporter aus. Ich komm jetzt mit meinem Main-Supporter. Das wird interessant. Oh Gott. Wir haben Senjata. Die Gerechtigkeit wird genügend. 3, 2, 1, los. Links. Rechts. Geradeaus. Richtig, richtig. Andere links. Wir haben hier wohl einen, der hier klar vorgeht. Barriere aktiviert! Da wurde schon gut Damage gemacht, da hinten. Zwei Heats waren drin. Kann ich nicht heilen, da Freezy? So. Geh wieder zurück, Fretzi. Ja, jetzt bin ich. Geh wieder. Hau mal ab. Spam doch mal ein bisschen was da drüber. Hau doch mal ab! Das Schild bricht gleich. Ich schieß weiter aufs Schild, Leute. Hier im Gang eine Diva. Hint uns Schild. Box, so. Ja. Ich hab aufs Schild. Das ist ja wohl sowas von... Auf den Schild. Hier ist das von dir. Ich bin überall und nirgends. Ja! Oh, ich bin betäubt. Ich hab ihn gestanden kurz. Er kann... Oh! Ja, 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 ja! Oh! Punktestand. Eins. Das war Schild, ich konnte die ganze Zeit hin und her fliegen gehen. Okay. Ähm. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Hier in der Partizone. Ansonsten, ich kann immer noch supporten. Oder wir nehmen ohne Support. Das ist jetzt mein letzter Support. Fiko, hattest du den nicht schon? Ne, den wollte ich gerade nehmen. Habt euch aber dann für Senata entschieden. Oh man. Ist noch alles drin. Nils hat ne Runde geholt, der ist heimt. Das ist heimt. Und ne Runde überlebt. Da sind sie! Wir sind wieder rechts. Bestchen, oder? Oh shit. Also nicht. The Hawk! No! Hinter mir! Hinter mir! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Senata geht gleich down! Ich brauche auch Hilfe! Der Hawk ist wieder. Hau ab! Oh der Hawk ist hier! Nein, ich bin morgen gehaugt. Dalin ist hinter mir, helft mir bitte. Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe. レIVE 있나ues nach oben! Ich brauche Hilfe. Ihr müsst erst die Mercy down machen können. Tat. Der Mensch blüüüüüüüüüu! So Leute! Jetzt will ich sehen. Perfekt. Blüü! Tracer hat sich gedacht und man bleibt einfach erst substans. Wo willst seh'n? Hättet ihr nicht einfach den McFly töten können? Ich war voll fly, ich bin die ganze Zeit mal hin und her geflogen, ey. Was sehen wir denn mal hier? Den hatte ich schon. Den hatte ich, den hatte ich. Warte mal. 5 Sekunden, Leute. Ja, ja, ja. Hatte ich den schon? Ne. Oh, scheiße. Oh. Oh nein, wir haben einen ohne Hilfe. Nein, 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 nein. Ich hab dann noch ein letztes Mal auf den Bild gekriegt, was ich noch nicht hatte. Oh, scheiße. Das war dieses. Hatte ich schon. Scheiße, hatte ich schon. Oh, die haben wir Pharah. Oh, ich hab gut getroffen. Von links? Ich brauch ne Heilung. Hier, Soja, muss uns mitteilen. Ach, ich kann mich selber heilen. Ich? Oh, krieg ich. Oh Gott. Heel, 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 danke. Bitte, bitte, heel. Frizi, heal. Ja, ne, kann ich nicht. Alle Tieren hier. Ja, gut. Du kommst nicht dabei hier, hee, heee, 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 heee. Heee, 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 heee. Jo, das ging immer noch down, oder? Ja, weil Anna hat Sales-Mod begangen mit mir. Habe ich selbst und andere in die Luft gestreckt. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Hoi, 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 hoi. De, 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 de. Jetzt da nicht Rainer, zack. Ja. Und down ist er und der geht auch noch down. Ja, schön hier von hinten angegriffen, Maxline, sehr gut. Da Nils einziges Leuchten da oben, ja. Golddamage. Das war ein schönes Ründchen 3 gegen 3. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken lassen. Schaut doch bei den anderen vorbei. Denn wir werden jetzt die Team somewechsel machen. Noch ein Ründchen. Bis dahin macht's gut. Tschau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.